Guten Tag und Willkommen zurück zu Mario & Luigi Supersa Saga. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Dani Rolpe. Ja! Der Dani Rolpe. Der einzig wahre. Und ich bin der einzig wahre Metal Mario Master. Es gibt keine anderen außer uns beide. Ja. Ja! Wir stehen vor Schluss Bonia! Die Stadt ist angegriffen worden. Warum auch immer. Nee. Nee, Ludmilla ist hier. Boah. Wie kommst du darauf? Es ist doch nur bedrohliche Musik im Hintergrund oder so. Hedda, Staub, betreten verboten. Die Stadt war angegriffen. Wer weiß, ob der Palast noch sicher ist. Wir haben strenger Anweisungen für unsere Herren Hildeburne an niemanden hier einzulassen. Wenn ihr rein wollt, den ersten Namen und euer Begehr. Ja, du sagst, du bist der berühmte Mario? Mario, Mario? Was? Du sagst, du bist der berühmte Luigi Mario sein? Wer ist denn? Luigi? Boah. 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 ein wort ich spreche keinen französisch na egal wenn dann wäre es ihr könnt hier sowieso nicht war doch eindeutig spanisch verdreht ist das war griechisch also schleicht euch eine rose kaufen das ist doch was ich meine die rose von prinz mann weg ihr kennt den prinzen wir lassen sie wohl besser nun gut ihr habt die rose und ihr seid nütze clowns also dürfte in den palast war seine ordentliche schoffen willkommen im schloss boni was er sagt hat hier ist zutritt verboten was er sagt ich habe alle ausgänge blockiert und ich habe geholfen also das ist ein affe eindeutig so viel geld money i want my money noch mehr geld ich will auch noch mehr geld oder so was mario und luigi sie haben wilde bona heiße ich und arbeite in diesem schloss die wachen haben es mir gesagt ihr bein seid also wirklich der mario und der herr luigi die sprünge lassen euch wie mario und luigi erscheint wie bitte was spricht lauter bitte ich verstehe kein wort das ist so laut könnt ihr nicht leider sprechen die schott die stadt habt ihr gesehen und der plus des moment in höchster alarm bereitschaft seit dieses undenkbar zwei fremde wie euch zu königin vorzulassen und als dienst ins sofa der königin habe ich die aufgabe dem palast zu schützen naja der stront hört gut zu bei dem mario und luigi seid dann könnt ihr doch sicher die rohre im palast reparieren wenn ihr das schafft könnte ich eine audience bei der königin angehen los sagt man was sie als klemmt auf dem kasten hat weil wir müssen tempelarbeit machen ich glaube wir sind hier in einem abeggio und nicht bei der arbeit wir sind in den schloss bonia in den katakomben jetzt darf ich irgendwie auch mal wieder was sagen ja kann da kommen kann kommen noch die bocke was auch ganz langsam auf die schaden da musst du sterben normal ich habe einfach nur gepost ich habe ihn geführt das ist ein stach das ist mein auf den drauf gesprungen werden schlimmer gewesen ja die schaden bekommen das spiel ok der gestand oder so ja wenn man gestand jetzt nicht mehr scheiße also nicht den hammer fallen ich will aber ich habe es trotzdem geschafft nein also ich nehme so viel schaden jetzt nicht mehr ich spreng also ich bin voll viel erfahrungsgute gleich vom level ab was ist dem wartungshandbuch 1 löcher in leitungssystem werden mit einem kräftigen schlag auf die tropfen verschlossen das war natürlich sinn zerstörung zum erfolg ja wie sonst auch kinder ganz langsam auf dich zu vorsicht kommt auf dich zu pass auf er kommt auf dich zu jetzt ist er tot ich habe ihn getötet level 9 was man dagegen machen ich nehme verteidigung plus drei alter level 9 22 verteidigung mehr als ich und ich bin jetzt ein bisschen nervt und ich kann nicht genug bart haben drei moustache 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 es kommen ganz langsam auf mich zu Nein. Nein. Und jetzt ist er tot. Ich hab mein Spielzeug getötet. Mein Gott, was machen die für Faces? Alter, mit einem Schlag. Mach mir das mal nach. Nein. Und der ist tot. So wie es sich gehört. Ja. Weil er hat sich zugeschaltet. Ich mach einen Schaden, ey. Pass auf, vielleicht einfach nur an dich, weil ich viel mehr angefangen habe als du. Ja klar. Mach doch die ganze Zeit. Ein klatscher Treffer, ey. Ich find's gut. Und ich mein sogar zu wissen, dass du mehr Bart hast als ich. Warte mal. Mal eben gucken. Er hat mehr Bart. Ich hab 16. Und wir haben beide gleich viel. Oh. Oh. Warum mach ich denn so viele Crits, ey. Oh. Oh nein. Oh no. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab mir wenigens, halt. Ich glaub ich heilen. Naja. Naomi, ich hab michясig. Jeора nicht genau, wenn ich bin der Topfit. Mein gal. warum mach ich die ganze Zeit Crits, ey! Ah. Ich glaub du solltest nicht heilen, ja ich schaff das ich hab verteidigung, toll. diese saugen krieg gemacht so wie es sich gehört nein nein soll es dich heilen ich als ein fix ich liebe das risiko aber es wird nicht schon mal was hatten wir schon mal was das was gesagt hat hier das risiko ja und ich meine meine antwort darauf war das risiko liebt nicht dich also musste irgendwann mal gestorben sein als hat gesagt ich weiß nicht mehr wo sie war ich glaube bin super mario cross das 2d vor dem 2d für die review war ja das war das war mal ich meine das war da mal ansehen da gibt es am besten auch von uns beiden ich mache mir voll viele krebs sind wir noch irgendwie da kommen 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 ich bin richtig heiß du bist gefallen bin ich gefallen ich habe schon aber doch ein bisschen sterben ich habe dich gericht mein braver auch war ich war auch nicht ok jetzt müsst ihr jetzt muss ich mich wirklich haben da ist noch zwei ich hab ich bin voll okay heute habsbitten wirst du nicht wieder belägen müssen werlich Exponente da kontaktiert denn er ist быть immer tot tot? Ja. Nein! Wie ein Feierabend. Einmal tot, die wir haben eben. Wir stehen hier. Ab, was ist das System? Wartungshandruf 2. Um die Röhren zu fluten, muss man kräftig an den Handrädern drehen. André. Hey, dann hau mal die Pfropfen rein. Das ist doch kompliziert. Ist das kompliziert? Moment, du bist ein Klempner. Hau rauf. Dann schauen wir mal. Alter, die sind so schnell. Hast dich das auch gerade gefragt? Warum sind die so schnell? Kommt so schnell auf dich zu. Er ist eigentlich relativ besser auf dich zugekommen und hat sich trotzdem treffen lassen. Was ist los mit dir? Ich hab schon den Weg gedrückt halten. Guck mal her. Toll. Level ab. Geil. Dann nehme ich jetzt mal mehr ins Spiel. Das war schon wieder Level ab. Ja, ey. So, ich bin zweistellig. Ich nehm mal angriffen. Angriff, weil ich da glaube ich mal die genommen habe. Angriff nimmst du? 4. 1. Er wollte die 4 haben bekommen. Aber du bist keine 1. Du bist eine 0. 1. 2. Du bist eine 0. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. hast du gesehen wie schnell auf die zukommen ist das war voll überraschend ich glaube ich möchte mit dem kuscheln dass ich vorher vorhin auch die ganze mit namen verprügelt jetzt lass mich wenigstens auch mein spaß haben nein ja 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 ok ach ja in dem moment wechseln ich muss auch einmal nachdenken nein 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 aber das tut weh aber warte dafür musst du sterben komm bring ihn um bring ihn um er hat mich angegriffen toll das kommt tötet ihn bis zum tod ist ich habe ich traue mich nicht du traust dich nicht es ist ja schneller und sagt dazu ich glaube ich muss nach rechts da oben ach genau du musst nach rechts noch mehr dinge ach genau das das war ein rätsel vielleicht war das ja auch mal ja insgesamt müssen alle pfropfen rein stopfen so dass alle drin sind wäre jetzt ach so dass wir sowas korrekt was ist genau gemacht ich habe keine ahnung aber taktik und strategie das war einfach zufällig ja da ist eins von ihnen ja wo jetzt mal die dinge daneben auch irgendwie und diesmal gehe ich wieder nach vorne ganz einfach ausvollziehen weil ich möchte der hinterbruch aber ich wechsle die 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 jemand sehr kleines glückliche schicksal was ich hatte ich habe es damit die wasserrohung repariert wie aber mit mir lacht uns doch überfallen sie waren die ganze zeit hier eingesperrt vielleicht war eure hindebohle dann hätte das gedacht diese hier ist diesen aber so lang das ist aber so leicht die wasserrohung für das alarmsystem für die sterbe oder ausgeschaltet wenn wir die stemmen und machen uns aus der schau endlich endlich die stelle in meiner hand eine wunderbarkeit alle wünsche erfüllt das ist die stelle damit die kraft der stelle nicht missbraucht werden kann wird seit generationen in diesem palast bewacht ist auf die sternbohle abgesehen heilige hülsenfurt mario nicht schnell wir müssen zur sternbohle die sternbohle darf denen auf keinen fall in die hände fallen schneller schneller wir dürfen keine zeit verlieren schnell zur sternbohle ist auf die sternbohle abgesehen blut 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 wir können nur hoffen dass es könig mal wieder gut geht wenn ich denke dass noch mit einem schloss ist will ich vor allem ist fast schon lieber hier bleiben also mache ich das auch für das nächste spiel was seit fein neun minuten noch dabei ist gleich kommt ein bus da ist klar den schaffen wir nicht mehr ja also beim nächsten mal gibt es post action obwohl doch noch ein minuten kommen nee das schaffen wirklich nicht wer so schwer er dauert lange da war schon etwas zwei dinge als jetzt nicht heimlisten scheiß drauf verschwender du ey ich bin kein verschwender außerdem kriegen wir doch eh im laufe des spiels alles wieder zurück ja wenn ich das irgendwie so spielen würde ich würde ja nicht ein paar stunden alles irgendwie voller wahrscheinlich vielleicht nichts benutzen würde na gut okay im nächsten fahrt gibt es das action deswegen tschüss bis zur nächsten folge bye bye bis zum nächsten mal